Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Bergkuhn. Endlich geht es um den Langzeit-Review, den ich schon vor langer Zeit angekündigt hatte. Und zwar geht es um das Zelt des Luna Solo von Six Moon Designs. Wie hat es sich in den letzten Jahren geschlagen, gerade beim Bikepacking? Und was sind meine Erkenntnisse im Einsatz? Darum geht es in diesem Video. Und damit viel Spaß dabei. So, und damit schauen wir uns auch das Zelt noch mal kurz im Überblick an. Ich hatte es ja schon mal in einem eigenen Video vorgestellt, deswegen mache ich das jetzt nur sehr knapp. Das ist ein Single-Wall-Zelt. Das bedeutet, man hat nur außen eine Schicht, innen kein extra Innenzelt. Allerdings sieht man hier schon vorne im Eingangsbereich ist ein Mesh angenäht. Und der Boden, dieses Bars, der Bars-Tube ist ebenfalls fest angenäht. Man sieht es hinten, es ist umlaufend hier im Zelt. Was man noch sieht, anders als beim ersten Mal, als ich es vorgestellt habe, ich habe jetzt dieses Carbon-Gestänge mir zugelegt, weil meine Eigenbaulösung, die ich zwischenzeitlich probiert hatte, nicht gut funktioniert hat. Was natürlich sehr gut geht. Dafür ist es ja auch gedacht, dass man hier einen Wanderstock, einen Teleskopstock verwendet und den entsprechend einstellt. Okay, nochmal ein bisschen was zur Größe. Das ist 2,28 Meter lang, innen diese Liegefläche und 1,21 Meter breit, also sehr groß für ein Ein-Personenzelt. Man hat hier vorne eben diese Abside, hier in diesem Eingangsbereich. Da kann man auch nochmal Gepäck drunter packen. Jetzt schauen wir einmal kurz rein. Also hier geht das Ganze auf. Der Innenbereich ist sehr groß. Ich habe jetzt kein Gepäck drin, ich blende gleich mal ein paar Fotos ein. Da seht ihr das. Ich hatte es nämlich gerade auf meiner Tour im Einsatz mit ganzem Gepäck. Und was man jetzt noch erkennt, hinten so ein bisschen umlaufend, ist dieses Mesh-Gewebe. Was ich noch festgestellt habe, wenn man es eben im Einsatz hat, man kann diesen Stab ein bisschen weiter nach außen ziehen. Und was man jetzt sieht, hinten geht dann das Außenzelt weiter Richtung Boden runter. Man kann den Stab genauso etwas weiter nach innen schieben. Jetzt übertreibe ich es mal ein bisschen, macht ihn sehr gerade. Jetzt sieht man deutlich, dass außenrum der Abstand zum Boden größer wird. Also für etwas mehr Belüftung. Ja, und damit hier nochmal ein bisschen zu meinem Eindruck von dem Zelt. Wie hat es sich denn jetzt über die letzten Jahre geschlagen? Kommen wir jetzt vielleicht mal zu den Besonderheiten, wo ich am Anfang ein bisschen Bedenken hatte. Und zwar das Material. Es ist alles sehr filigran und dünn ausgeführt. Ich hatte Bedenken, dass das wirklich auf Dauer hält. Aber das hat es tatsächlich. Ich habe es jetzt einige Mal im Einsatz gehabt, bei meiner letzten Transalp auch. Und da hat es auch richtig geregnet. Das sehen wir uns dann nachher an. Ja, kommen wir also zum Thema Robustheit. Ich habe keine Löcher im Zelt. Der Boden hat auch gut durchgehalten. Was man hier schon ein bisschen gesehen hat, ich habe mir eine Zeltunterlage selber gemacht. Einfach aus einer Folie, die ich mir besorgt habe in dem Baumarkt und zugeschnitten. Man kann auch selber von einer Tyvek-Folie sich besorgen. Das bietet Six Moon Design inzwischen auch an. Und dann eine passende, die man drunter legen kann, die auch sehr leicht ist. Einfach als Schutz für einen Zeltboden. Also das habe ich immer sehr penibel gemacht. Ich habe darauf geachtet, dass das Zelt immer sauber und trocken verpackt war. Und wenn ich es nass einpacken musste und am Tag habe ich es einfach mal ausgepackt, wenn die Sonne rauskam, um es wieder zu trocknen, damit sich eben keine Stockflecken oder so bilden. Also das habe ich bei allen Zelten bisher immer so gemacht. Auch bei dem hier hat es super funktioniert. Ja, dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, wo ich Bedenken hatte, auch die Wasserdichtigkeit. Ist das Ganze wirklich wasserdicht? Ja, ist es. Und zwar, als es richtig geregnet hat, lief mir auch unter das Zelt so richtig das Wasser durch. Hier sehe ich das gleich, wenn ich das jetzt einblende. Man hat richtig Wasserblasen am Boden gesehen, die sich zwischen dieser Unterlegplane und dem Zeltboden gebildet haben. Und es ist trotzdem kein Wasser durchgegangen. Also das hat tadellos funktioniert. Da war ich wirklich super happy mit. Der nächste Punkt, wie schaut es denn jetzt aus mit der Wasserdichtigkeit bei Regen? Das ist nämlich eine Besonderheit an dem Zelt. Hier, wo ich jetzt sitze, im Eingangsbereich, ist diese Apside relativ hoch abgespannt oder hört relativ hoch auf. Sprich, wenn ich das jetzt zumache, dann ist es halt hier geschlossen. Hier dieser Frontbereich, vor allem wenn der Wind von der Seite kommt, da kann Wasser reinkommen. Das ist wirklich ein Nachteil. Das ist auch explizit, so wird darauf hingewiesen, man soll das Zelt immer so aufbauen, dass der rückseitige Teil, der jetzt hinter mir liegt, der soll immer Richtung Wind zeigen. Und hier vorne soll man quasi auf der windabgewandten Seite sein. Das sage ich, das ist ein bisschen theoretisch für mich, weil mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass einfach der Wind gedreht hat. Gerade wenn ein Gewitter durchgezogen ist, kam der Wind auf einmal aus genau der entgegengesetzten Richtung. Und das, was vorher die windabgewandte Seite war, da kam halt dann der Wind her. Und entsprechend kam das Wasser von vorne. Ich hatte bisher tatsächlich relativ viel Glück, weil ich genau das Zelt immer richtig rum, Anführungsstrichen, richtig rum aufgebaut hatte. Aber das war in dem Fall eher Zufall, weil der Wind einfach gedreht hatte. Nochmal, wenn er aber wirklich von vorne kommt, ich habe es testweise mal gemacht, es ist schlecht, dann bläht sich das Zelt hier auch ein bisschen auf. Und hier vorne kommt definitiv Wasser bis in den Vorzeltbereich rein. Also bis eigentlich hier vorne ran, ist der Vorzeltbereich dann nass. Das muss man einfach wissen. Ins Innenzelt ist tatsächlich nichts reingekommen. Allerdings war es auch kein Sturm. Es war kräftiger Wind, aber noch kein Sturm. Zum Thema Sturmfestigkeit. Getestet ist es angeblich bis 100 kmh, dass es nicht zusammenbricht und wirklich noch stehen bleibt. Vorausgesetzt, dass es gut abgespannt ist und dass der Wind natürlich aus der richtigen Richtung kommt. Aber das testet natürlich keiner freiwillig. Nochmal, für die Gewitter, die ich erlebt hatte, hat tadellos funktioniert. Ja, dann zum Thema Kondensation. Das war mein nächster großer Punkt, wo ich Bedenken hatte. Kondensation tritt immer dann auf, vor allen Dingen in einer kalten Nacht, wenn es im Zelt warm ist, weil man natürlich warme Luft ausatmet. Draußen ist es kalt und die warme Luft schlägt sich dann auf der Innenseite vom Zelt nieder. Das ist eigentlich keine große Sache. Bei einem normalen Zelt mit einem Außen- und Innenzelt, dann kann einfach auf dem Außenzelt das Nasse, das wird halt klitschnass, und das Wasser kann nach außen abtropfen. Das funktioniert hier auch. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen, nachdem halt kein Innenzelt mehr da ist, wenn was runtertropft, bei einem normalen Innenzelt ist diese Schicht meistens auch nochmal Wasserabweisung. Das kann dann nach außen ablaufen. Hier tropft es halt dann wirklich mal ins Innenzelt rein. Gerade wenn Wind geht, fällt es dann doch auf. Wo man noch aufpassen muss, auch wenn es jetzt recht lang ist, das Zelt, zu den Innen hin wird es dann doch ein bisschen flacher. Und wenn man jetzt auf einer Isomatte liegt, ich habe jetzt eine relativ dicke, die ist 5 cm dick, plus dann liegt man oben drauf, also hat man dann schon so einen Aufbau, dann stöße ich zumindest vorn und hinten so ein bisschen mit dem Schlafsack an der Zeltwand an. Und dann kann es nass werden. Also wenn es einfach nass ist, bei Tau am Morgen vor allen Dingen, wenn es kühler ist, dann wird auch der Schlafsack vorn und hinten mal ein bisschen nass. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe mir damit beholfen, einfach mit einem Lappen oder einem Schwamm, den ich dabei hatte, wirklich in das Zelt, wenn ich gemerkt habe, es ist sehr nass, vor allem am Morgen, einfach erstmal abzuwischen, bevor ich da groß mich bewegt habe im Zelt. Das ging ganz gut. Was die Ventilation definitiv verbessert ist, wenn es so wie jetzt ist, wenn es möglichst offen ist. Idealerweise kann man auch das hier noch hochrollen. Hier gibt es so einen Schieber, ich zeige das mal. Dann kann man das hier hochschieben. Dann ist es sehr weit oben und damit ist die Ventilation besser. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn immer es geht. Also es gibt Kondensation, aber je nach Umgebungsbedingungen mal mehr und mal weniger, wie bei jedem anderen Zelt auch. Aber ich würde sagen, die Ventilation insgesamt ist ziemlich gut bei dem Zelt, weil eben auch so viel Mesh ist. Wenn man es gerade, wie ich vorher gezeigt habe, diesen Stab mal ein bisschen gerader stellt, dann ist unten nochmal der Abstand zum Boden größer von dem Mesh-Gewebe und dann kommt nochmal etwas mehr Luft rein. Also jedes bisschen mehr Belüftung hilft wirklich, um die Kondensation hier zu reduzieren. Ja, ein Punkt, der mir wichtig war, warum das Zelt für mich auch so spannend war, war für das Thema Bikepacking. Was ist jetzt für mich so ein Riesenvorteil? Ich habe hier zwei Zelte im Vergleich, die ich euch jetzt einblende. Das eine ist hier das Lunasolo und das andere ist das Enan von Hilleberg. Beides hochwertige Zelt. Das eine ist ein Luxuszelt von Hilleberg, ganz klar. Man sieht also, das Packmaß vom Lunasolo ist wirklich überragend klein. Man kriegt das in den kleinen Packsack rein. Ich zeige das jetzt nochmal auf dem Bild. Da seht ihr ein Foto von meinem Gravelbike. Und ich habe vorne in den Forkpacks das ganze Zelt drin, samt Unterlegplane, samt Hering, samt Gestänge, also diesem Karbonstab. Also es ist wirklich überragend klein, damit perfekt. Hauptproblem nämlich bei vielen Bikepacking-Zelten ist, wenn es Gestänge, die einzigen Glieder zu lang sind, wo packe ich so ein langes Gestänge hin? Beim Mountainbike geht es in die Handlebar-Roll, aber beim Gravelbike habe ich das nicht, beziehungsweise ist es viel zu schmal. Und das lange Gestänge irgendwo außen an den Rahmen hin zu machen, ist für mich keine schöne Lösung. Das ist ein Riesenvorteil, wenn das Gestänge so kurz ist. Deswegen fürs Bikepacking toll. Eine weitere Besonderheit bei dem Zelt, wenn man sich das zulegt, ist, ich würde sagen, so dieser Minimalismus. Man muss alles extra dazu ordern, wenn man mehr braucht. Das muss man einfach wissen. Das ist jetzt kein Nachteil, einfach nur eine Besonderheit. Das Zelt, wenn man es so bestellt, ist noch nicht mal nahtversiegelt. Das heißt, die Nähte sind zwar genäht, aber eben nicht mit Silikon abgedichtet, sprich, das Zelt ist nicht wasserdicht. Man muss das also selber machen oder gegen Aufpreis kann man es ab Werk machen lassen. Mein Testmuster kam damals zum Glück mit Nahtversiegelung. Ich hätte keine Lust, jetzt da selber mit Silikon rumzu experimentieren, um das wirklich dicht zu kriegen. Und tatsächlich, selbst nach vier Jahren im Einsatz, es ist immer noch dicht. Also es ist wirklich toll. Das hat wirklich funktioniert. Zweiter Punkt ist, die Heringe muss man sich extra besorgen. Das sind jetzt die Original-Heringe hier von Six Moon Designs. Die sind relativ groß, was ich gut finde, wenn der Boden schön weich ist oder sogar mal ein bisschen sandig, ist das top. Weil man die schön reinbekommt und vor allem halten sie auch besser als diese kleinen Heringe, die es auch noch gibt. Das Material ist relativ weiches Aluminium, also sie zeigen schon ganz gute Gebrauchsspuren, aber sie funktionieren noch tadellos. Das Carbon-Gestänge, wie gesagt, das habe ich mir dann selber noch mal geleistet. Das gibt es auch noch in Alu, aber das ist eben dieses Carbon-Gestänge, das aus fünf Gliedern besteht, was perfekt ist eben für Spike-Picking, weil es dann wirklich so ein kurzes Gestänge ist, das man ja überall irgendwo in der Tasche noch unterbringen kann. Kommen wir zum Preis. Ist es das Geld wert? Also, als ich das Video jetzt hier gedreht habe, im Spätsommer 2023 war der UVP auf der Webseite zumindest noch von Six Moon Designs, glaube ich, 260 Dollar, US-Dollar. Allerdings kommt da noch diese Nahtversiegelung dazu, das waren noch mal 35 Dollar, also ja, man kann sagen, knapp 300 Dollar kostet das Zelt. In Deutschland, wenn man es kauft, kostet es ungefähr 290 Euro. Da war mir aber nicht ganz klar, ob das schon mit Nahtversiegelung ist oder ohne. Ist das jetzt viel Geld? Ist es wenig Geld? Ich würde sagen, es handelt sich hier am Ultraleicht-Zelt. Definitiv. Zum Gewicht habe ich nämlich in diesem Video noch gar nichts gesagt. Also, wenn ich das Netto-Gewicht nehme, ohne irgendwelche Zubehörteile, ohne Gestänge, Heringe bin ich bei 730, 740 Gramm, was wirklich leicht ist. Mit allem, wie es hier jetzt steht, mit meiner eigenen Unterlegplane plus einem Packtack, den ich verwende, bin ich bei 1,1 Kilo. Und für mich ist das ein Top-Gewicht. Zum Vergleich, ein anderes Zelt, das ich eben auch immer wieder verwendet habe, von Hilleberg des Enern, was ein wirkliches Luxuszelt ist, da bin ich eher bei 1,3, 1,4 Kilo, also gut 300 Gramm mehr, was ja doch schon eine Menge ist, wenn man von solchen Ultraleicht-Zelten hier spricht. Also, vom Gewicht her toll, vom Packmaß her ist es toll und Preis-Leistung, ja, für mich absolut, das ist sein Geld wert. Wenn man es eben mit anderen Zelten vergleicht, die von der Größe her ähnlich sind, dann ist das überragend. Das ist nämlich der letzte Hauptvorteil. Wenn ich mich jetzt hier zurücklehne, ich habe hier innen eine Sitzhöhe von, also an der Spitze von 1,24 Meter. Ich kenne kein anderes Ein-Personen-Zelt, das derart groß ist. Auch der Innenraum ist derart groß und breit. Also, war ja mal die Frage, passen da zwei Personen rein? Naja, zwei Personen nicht. Einfach, man stößt dann außen an, dann wird der Schlafsack nass. Deswegen geht es nicht, wenn man zwei super schmale Isomatten hat und zwei sehr kleine Personen. Theoretisch geht es schon. Ich bin jetzt eher groß. Ich bin 1,87 Meter. Für mich passt es als Ein-Personen-Zelt sehr gut. Und ich habe noch ausreichend Platz für mein gesamtes Gepäck im Zelt. Ja, damit würde ich sagen, das soll es dann auch gewesen sein. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Servus!